Du dreckst auch kurz. Jetzt noch bis 16. Du verficktes Dreckskind. Und danach... Leute, schaut euch das an. So, das ist ja schrecklich. Schaut euch das an. Das hier ist meine Maske, ja? Meine Hand. Wenn alle Cafés und Bars zu haben, ist die Tankstelle der neue Ort, der neue Club. Die Tankstelle hat eine Warteschlange von 100 Metern. Kurz und hoch, kommt her, trinkt mir was. Schaut, da gibt es ein Bier. Schaut, da gibt es ein Bier. Koks gibt es leider keines, aber können wir auch bestellen. Kurz, du hast eine gute Connection zu Koks. Auf YouTube kannst du es bestellen. So, per YouTube. So, was trinken wir? Habe ich nicht, Evo? So, Evo, da muss ich immer Cider. Ich will Cider. Schaut, Schatzi, willst du Cider? Ja, wir haben immer den Leverkäs. Ja, das ist aber nicht im Kühlschrank. Wir mussten online gehen, weil es ist wirklich schrecklich, was dazugehört. Wir müssen essen. Wir müssen essen. Aber ohne Mess. Robert, bist du da? Gib die Maske runter. Die Masken fallen bald alle. Was wollt ihr, wenn du das tun? Das Corona ist jetzt aktiv, weil du zu Hause einsperrst, Leute. Weil jetzt geht es los mit dem Corona, gell? Ja. Ja, 20 Uhr. So, meine Lieben. Betrink, ko? Ich nehme ein Stiegel oder ich nehme ein Bier. Ich denke, jetzt ist es ein Sundes. Slußet die Musik. Slußet die Musik, Evo. Kolo! So, Pritze, mir und nioi. Oches Teider, Schatzi. Ja, ja. Oches Velik, ne? Gde to svira, Vajkas? Red Berries. Gde to svira? Gde to svira? Gde to svira? Na Tankstelle? Na Radio, vjerovato. Evo, te, sie haben, u Beogradu. Jetzt ist das, Schatzi, naš, Videchnie, Ma-Brojanice. Ich habe mich geholfen. Ja, ich habe dich geholfen. Ochen kann ich mich geholfen. Slußet, das ist es. Wir sind in Tankstelle, in Beech. Ich habe mich geholfen. Das ist draschen, alles draschen, das ist schrecklich, das ist schrecklich, du, die Kurznormalität, das war ja selber lebend, das war ein Schlag, nicht wir, das ist ja eine Frechheit, was die macht, was ist das, der neue Club geworden, BP Club, hast du einen DJ, ich habe einen guten DJ, ich habe einen guten DJ, Schicketer, hau das runter mit dem Maulkorb, das tut dir noch schädigend, Ab Montag, nein, jetzt schon, ich habe es jetzt schon unten, du Arschloch, schön sprechen, schön sprechen, Entschuldigung, aber ich bin emotional geladen, wenn ich mir das ansehe, das ist ja, Schaut euch bitte, filmst du mal die Leute, das ist neuer Club, Club Tankstelle, der Club der Masken, Club der Masken, Club der Masken, Club der Masken, guter Maulkorb, guter Maulkorb, naja, schrecklich, schrecklich, wirklich, hauptsache die Jogho-Musik aus dem Laustrecher, ich glaube es nicht, also wirklich, ich bete zu Gott, dass das bald alles vorbei ist, weil das hat ja, wir sind am Schwedenplatz, wir sind am Schwedenplatz, ja, du kannst doch dazukommen, Mozart, komm dazu, am Schwedenplatz, aber ich weiß nicht, wie lange, ich komme noch ein Bier, ja, hol den noch, und alle? Ja, das ist, das Film Milano, das ist alles. Du musst noch noch ein Bier, Du musst noch noch ein Bier, aber, du musst noch ein Bier. Du musst noch ein Bier, das sind schon ein Bier. Das war es nicht so, ich bin glaube ich, ich glaube, ich kann, dass das nicht, was ich passiert. Das ist nicht so, es ist so, dass alle Masken machen, wie auf der Maskenballen, ja, das ist so, wie auf der Maskenballen, ja, das ist so, wie auf der Maskenballen. Ist alles eine Lüge? Genau. Na sicher. Alles nur eine Lüge, Leute. Alles eine Lüge. Was? Gibst du runter, diese Maulkorb runter? Maulkorb. Wir sind keine Hunde. Bravo. Wir sind keine Sklaven. Genug. Genug. Gibt's kein Virus. Wo sind die Toten? Im Urlaub. Nein, wo sind die hunderttausend Toten, was der Kurz gesagt hat? Das war ein Schloch. Ja. Entschuldigung, dass ich schimpfe, aber ich bin emotional geraten. Das ist das. Das ist das. Ich will das nicht. Ich will das mal etwas zeigen. Er ist bereits auf der Maske. Hier sind zwei. Ich will das mal sagen. Das ist das. Das ist das. Das ist das! Das ist das! Rund am Tag. Rund am Tag mit dem Maulkorb. Rund am Tag mit dem Maulkorb. Rund am Tag! Wir leben, alle. Ich habe nie einen Maulkorb getragen und ich lebe. Herunter, weghauen! Weg mit dem Dreck! Weg mit dem Dreck! Das lebt sich sogar. Weg mit dem Dreck! Und Leute nehmen schon die Maske runter, weil wir schreien, dass sie die Maske runternehmen sollen. Ich bin fucking stolz auf uns. Leute, Masken runter, das ist ja nur ein Gift, was ihr da einatmet. Die Masken kommen aus China. Ist das nicht komisch? Ich schwöre dir, wir sind so die Staatsfeinde geworden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, deren Plan ist nicht aufgegangen. Leider. Nur sechs Monate Tote. Leider sechs Monate Tote. Die letzte war jetzt 83. Mein Beileid an die Familie. Aber das war ja Zeit, einmal mit 83 zu gehen. Ich hoffe, ich erlebe 83. Wir sind die einzigen gechippt. Bravo, der hat auch keinen Maul gehabt. Du hast auch keine Maske, bravo. Das sind vernünftige Leute. Gott sei Dank gibt es solche noch. Du gehörst nur vier Prozent. Zu den sechs Prozent. Du gehörst nur sechs Prozent. Hau dir das weg, den Maul gehabt. Soll er selber den Maul gehabt tragen. Der schaut eh aus wie ein Hund. Der kurz wäre. Der kurz schaut eh aus wie ein Hund. Warte, wie heißen die mit den langen Armen? Ohrwaschenkaktus. 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 Ja wirklich, schrecklich. Schau dir das an. 23 Uhr. Ist das normal? Der neue Klub ist die Tankstelle. Bei mir ist das nicht normal. Das machen wir nicht mehr mit, lieber Bundeskanzler. Wie immer lieber sagt. Lieber Bundeskanzler. Wir machen nicht mehr mit. Jetzt ist aus. Jetzt reicht's. Geh, Kiki? Es reicht. Es reicht. Wir haben zwei Monate mitgespielt. Okay. Du hast viel Geld verdient dadurch. Ich nehme keine Maske. Bravo, heute Angestellte. Bravo. Bravo. Aus. Weg mit der Maske. Masken runter. Ohne Maske. Maske Maulkorb runter. Wir sind keine Hunde. Wir sind Menschen. Ja. Wir sind alle Menschen. Bravo. Runter mit dem Scheiß. Was? Mit dieser. Runter. Bist du mein Vater? Nein, ich bin nicht dein Vater. Mein Vater darf mir das sagen. Okay, ist kein Problem. Aber ich sage runter. Ich gebe runter. Ich will nicht krank werden. Nein. Wie alt hast du Corona? Nein. Wo sind die Toten? 600 Toten. 600 Toten weltweit in Österreich. Keine Corona. Das ist Spaß. Das ist alles Business. Business. Ja, Business vom Herrn Kurz. Business. Wir machen nicht mehr mit, Herr Kurz. Aus. Ja. Erledigt. Nein. Erbrot. Döckige. Sowieso. Mein Gott, ich schaue schon müde aus. Na ja, wir haben gefeiert. Ich bin topfit. Ich bin topfit. Ich bin topfit. Wir haben Geburtstag gefeiert. Wir haben Geburtstag gefeiert. Esmeralde. Ja, so ist es. Aber wir haben leider da was. Es ist leider so. Ja. Aber wir haben viele, viele noch zu tun. Wo? In Tirli. 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 Wo ist dasul. Es ist da. erst angefangen haben wir auch connection bruder können auch irgendwie schneller über ja mach mal kaum das geht ja schneller bruder ich bin auch deine bruder oder ja ja ich zahle alles danke bruder du bist bester hast du lieber käschen auch danke welche hast du käschen gibt es gibt mir einen käschen so liebe leute wir sind hier wir sind die freie wir sind laut weil wir uns die freiheit laut herr kurz niemand mehr deine spielchen haben wir durchgeschraubt du hast geld kassiert jetzt gehe ich irgendwo auf eine insel lebt ihr leben lassen sie noch leben es ist aus schau wir haben kein virus wir leben herr kurz wie kann es sein kann mir maske getragen kurs und ich lebe wir leben doch kein gesetz nein vor ort eine empfehlung ich empfehle dir herr kurz dass du den kopf verpackst und dich schleichst auseinander schaut euch das an das ist der neue klub der in der tankstelle ist die ist eine schlange weil nichts offen hat ist das normal bei uns nicht nicht mit uns diese fucking neue normalität die kannst du da wohin stecken herr kurz ich bin ein kurzer wir sind ja die bürgerinitiative wir gemeinsam wir gehen jeden samstag demonstrieren wir sind die veranstalter wir gemeinsam heißen wir bürgerinitiative also wir gemeinsam wir tragen seit dem ersten tag seit dieser corona kurzscheiße fragen mich eine maske ich bin krank nicht tot ich bin gesünder als viele hier schau es an schau es an ein gesunder junger bursch es reicht es reicht es reicht man kommt zu mir kranker mit meinem vater aber das sind die nächsten das ist das nächste virus was wir beseitigen müssen leider alles gute pass auf dich auf komm vorbei am 20 zu viel zu sehen warte 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 es ist noch einer von uns wir haben wir werden mehr ich sag einer von uns warte 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 documentaire justa schBRG Schreib dir meine Nummer auf und schick mal deine Nummer und dann lad ich dich ein am 20. Dann haben wir die nächste Demo. Du hast den Garten. Ja, eine, eine. Jörg, dann bist du. Magista sogar. Schau. Er hat sich gebildet. Ja, da. Bissl schon. Bewusst als wäre ich. Der Oliver. Hat dich gefreut. Wir metten uns. Das war wirklich gut. Das sind normalen Begegnungen. Immer. Ich bin jetzt schon 40, ja. Aber da hast du doch gegeneinander. Die kleine hat vollständig. Bist du nicht mit meinem Vater, dass du mir sagst? Ich habe die Maske. Ich habe keine Arbeit dran. Alles Gute. Wir sehen uns. Ciao. So Leute. Wir werden immer mehr. Cool. Wow. Das freut mich. Haben wir alles? Ich glaube schon. Wo ist der Robert? Nein, der Robert. So. Alles Gute. Das ist ein Kuccio Stara. Das ist ein Kuccio Stara. Das ist ein Kuccio Stara. Wie ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Peter, Drago. So. Also der Becci. Mein Becci. Hey. Hallo. Kiki, Drago. Ciao. Mein Becci kann man nirgendwo hingehen, ohne dass er jemanden sieht, den er kennt. Der ist ein wahnsinniger Mann. Der kennt überall jeden. Sorry. Das ist so. Corona ist weg. Einer. Mit dem Skateboard. Du bist so. 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 Wollen Sie was trinken? Du bist so. 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 Tag gleich im Park. Kommst du um. Schaut sich das an. Da. Weil nichts offen hat. Was ist? Hey. Da. Da stehen die Massen von den jungen Leuten an der Tankstelle. Weil nichts offen hat. Ja. So viel zum Thema kurz. Sau kurz. Ich sehe nicht ein, warum ich meine Geburtstagsparty um 23 Uhr beenden soll. Deswegen werden wir jetzt hier weiter trinken. Bei dieser glamourösen Location namens Tankstelle Schwedenplatz. Was haben wir da schönes? Einen Cider. Prost Leute. Auf die Freiheitskämpfer. Auf deinen Geburtstag. Auf deinen Geburtstag. Und auf meinen Geburtstag. Auf deinen Geburtstag. Die Kick ist heute 22 geworden. 24. Aber okay. Zeit ist relativ. Zeit ist relativ. Ein Wuppern. Wir sagen jetzt Tschüss oder? Willst du noch was sagen? Genau. Wir haben euch lieb. Am 20.06. sehen wir uns bei der Demo. Jo. Selbst Platz. Es kann sein, dass es eine Stunde später ist. Bitte schaut unbedingt was wir posten. Weil es kann sein, dass wir es eine Stunde wegen einer anderen Demo verschieben müssen. Also informiert euch bei uns in der Gruppe. Wir geben es bekannt. Genau. Und wir hoffen, dass kommende Woche auch die Website fertig wird. Nach 3 Millionen Jahren. Genau. Jetzt noch einmal einen schönen Gruß an den Bundeskanzler Kurz. Und der Name hast du ja schon gesagt Kurz. Du warst nur Kurz-Kanzler. Hahaha. Und dann bist du bald weg. Gott sei Dank. Wir feiern den Tag. An dem Tag werde ich ohne Scheiß die ganze Nacht vor Freude weinen. Aber wirklich weinen werde ich vor Freude. Genau. Und mein Rat ist, du hast dir jetzt super Geld genommen. Seil dich ab irgendwo. Es bleibt dein Leben. Lass uns leben. Tschüss. Tschau Leute. Und dein Leben. Tschüss euch. Tschüss euch. Tschüss euch euch.